Melanie, was gehört, du musst noch mal ein Futter von uns machen. Schönen wir dich noch an. Melania. 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 Aber ein schönes Nettverkehrschrank. Aber der Bubar hat den Futterfunk mit dem Stellen. Was war das? Nettverkehrschrank. Ich will die immer in die verkehrte Richtung umlaufen. Oh, das ist besser auch. Matthias. Ich bin dran. Warte, eine Minute. Du kannst auch ruhig immer eine Abkarte an Melania machen. Tschüssi. Smiley. Ein Spanier auf dem Oben.